Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der globalen Eroberung mit der GDI in Command & Conquer 3, Cains Rache. Und es sieht besser aus, es sieht viel besser aus. Not wurde jetzt wirklich ganz knapp der Sieg aus den Händen gerissen, die waren ja wirklich eine Stadt davor. Und jetzt heißt das, dass wir unseren Sieg Stück für Stück sichern, indem wir uns weiter ausbauen. Und ja, ich habe die Kritik gesehen, wir brauchen mehr Stützpunkte, mehr, mehr, mehr Stützpunkte. Brauchen wir sowieso für die Kontrolle. Das heißt, wir werden jetzt mal schauen, dass wir uns richtig fett ausbauen hier, auch gerade so in Amerika. Ja, überall Stützpunkte zu pflastern, egal ob Städte in der Nähe sind oder nicht. Also Städte mitzubekommen ist natürlich nice, aber wir müssen auch so Zwischenbereiche und so. Wir müssen überall alles absichern. Ja, gab es jetzt eigentlich noch was zu tun in dieser Runde? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen jetzt bloß noch auf Runde beenden drücken und gucken, wie es weitergeht. Ihr wolltet schon zum Stützpunkt. Ihr könntet mit helfen rein, theoretisch, ne? Kein starker Stützpunkt. Komm, ihr kommt mal mit da ran. Oder hab ich euch verstärken wollen? Ich hab euch verstärken wollen, nicht wahr? Deswegen war das Geld auch weg. Alles klar. Gut, passt. Ja gut, mach mal weiter. Haha. Ach, das passt sogar ich, oder? Äh, schön. Ähm. Pass auf, es gewinnt trotzdem noch. Das wäre so. Aua. Och nö, nicht mehr. Oh, Mann. Ah, random Einheiten angreifen. Schön, das macht Spaß. Was haben wir hier? Ach du liebe Zeit. Ähm. Okay, viel Infanterie und Kommandos und leichte Einheiten. Wenn wir das überstehen wollen. Ah, wir starten natürlich sehr nah dran am Gegner. Ja, wir haben uns nicht die Zeit, uns zu viele Gedanken zu machen. Ich baue hier schon auf. Baukran oder nicht Baukran, das ist hier die Frage. Sollte mir schon helfen können. Bauoptionen, wird gebaut. Machen wir mal. Das kostet aber tausend Ressourcen. Ich weiß nicht, ob ich die schnell genug reinbekomme. Mal gucken, wir werden sehen, ob es sich lohnt oder nicht. Bau abgeschlossen. Ob sich es recht. Wird gebaut. Erwarte Befehle. Bereit. Sir, rücke vor. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. So, jetzt wird es ein bisschen stressiger mit dem Baukran. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Ein bisschen stressiger ist gut. Ich meine, schnelle Geschütze gebaut kriege ich nicht, aber ich kriege jetzt gleichzeitig noch Kraftwerke hergestellt und andere Späße. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wie sie befehlen. Ja, Sir. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Wir hören noch kurz ein bisschen. Wird gebaut. Warte Befehle. Ja, Sir. Die Cyborgs kommen. Wird prüferiert. Die Cyborgs kommen. Sie machen alles nieder. Bau abgeschlossen. Kommando. Da. Macht das Kommando weg. Das ist das Wichtigste. Gehe in Position. Einheit verzeiht. Okay. Kommando ist down. Ich glaube, der Baukran war eher Verschwendung von Ressourcen. Lass mal mal. Ich brauche eher die Ressourcen hier. Wir könnten es noch schaffen. Wird gebaut. Wolke vor. Ein Wettbewerb angegriffen. Befehle erheben. Wolke vor. Einmal drüber trampeln, bitte. Danke. Ich strahlen Kanonen wegmachen. Und dann bin ich erstmal safe. Wird gebaut. Sie rücken vor. Das sind die ganzen Specters. Nein, danke. Abgebrochen. Jetzt heißt es erstmal Ressourcen sammeln und an sich mich sammeln. Wir haben es überlebt. Aber ja, der Baukran mir tatsächlich nicht so viel gebracht. Da habe ich eher Ressourcen ausgegeben, die ich noch für mehr Sachen hätte ausgeben können. Ihre Befehle? Äh. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch drei Titanen gehabt. Ist irgendwie einer draufgegangen? Ne, ist nicht zum Glück. Puh. Okay. Jetzt hätte ich gerne mehr Raffinerie. Raffineriere. Nutz hat gerade am Vorstoßen überall. Das ist ein Problem. Ja, jetzt da. Passt schon. Sehr gut. Zweite Raffinerie. Die ist jetzt essentiell. Wir brauchen die Waffenfabrik, um die Titanen zu rütteln. Okay, jetzt weiß ich schon mal Bescheid, wo mich was zu erwarten hat. Gefälligst. Ein bisschen blaues Tiberium. Oh, das sind wirklich die alten Titanen noch, ne? Ich glaube, das sind wirklich... Äh, die sehen anders aus. Das sind wirklich noch die alten Titanen vom zweiten Tiberiumkrieg. Ah, die guten alten Zeiten. Sieht mir zumindest dann noch aus. Können aber auch doch die sein. Wird gebaut. Ressourcen kommen rein. Sehr gut. Noch mal mit die Kaserne. Bau abgeschlossen. Zubuhmliche Energie. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wart mal ein bisschen damit. Ja, Sir. Bau abgeschlossen. Warum wird die Tarnung eigentlich doppelt entfernt? Wird gebaut. Ausbildung. Okay. Bau abgeschlossen. Geld kommt rein. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Berilion-Turm hätte ich gerne. Da hätte ich natürlich gerne mehr Sammler. Sollte klar sein. Oh, ist überall fettes Zeug. Geht mir mal damit hoch, dass gibt's mehr zu holen. So, jetzt hole ich mal. Komm, ein extra Sammler reicht hier erstmal. Weil das da unten ist. Lieber abgeerntet. Aber ich würde mir gerne das da hinten mal sichern. Ah, da geht's schon weiter. Ah, da geht's schon weiter. Da geht's schon weiter. Da geht's schon weiter. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Wird gebaut. Gegen die Infanterie habe ich gerade nicht sehr viel. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Unsere Basis wird angeblieben. So, Titan kümmert sich um die Panzer. Oh, nö. Müsst ihr jetzt hier mit Dichtrei... Okay, ich brauch Grinderdiere. Und da kommen die Nächsten. Die müssen wir mal abfangen. Nach Möglichkeit. Wie Sie befehlen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Muss reichen, dass da gut geerntet wird. Ausbildung. Verdammt. Ich muss mal mehr drauf achten. Ich würde auch geraten, dass ich da mal ein bisschen mehr auf den... ...Energiewert gucke. Vorm Bauen. Es wird nämlich angezeigt, wenn das Gebäude den Strom ausknipst. So. Jetzt wichtig. Unsere Basis wird angeblieben. Erwarte Befehle. Wird repariert. Oder auch Zeit. Wird gebaut. Ziemlich viel los hier. Einheit wird angeblieben. Ziele fast. Einbeschuss. Ja, Chef. Bau abgeschlossen. Die Tarn retten hier gerade wirklich ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Gewaltig retten die hier gerade. So. Und jetzt der nächste Sammler, den ich habe. Da geht mir mal da hinten hin, bitte. So. Jetzt will die Kaserne haben. Ich brauche mal Grinder-Tiere hier hinten. Und dann hätte ich wirklich gerne ein paar Wolverines wieder. Gerade um was gegen die ganze Infanterie zu machen. Panzerbrechende Munition, bitte. Oh, hi. Wer kommt denn da von hinten? Ihr Lümmel, ihr. Das ist wirklich clever umschifft, was ihr hier gerade macht. Richtig clever umschifft. Ich würde gerne den Titanen nicht verlieren. Herzlichen Dank. Ich würde gerne den Sammler nicht verlieren. Vielen Dank. Oh mein Gott. Wer hat zur Hölle? Kommt ihr alles? Scheiß auf Technologie. Also dieser Angriff war böse. Oh mein Gott. Da kommen wir... Jetzt ist aber auch mal wirklich gut. Wow, 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 wow. Ihr habt einfach keinen Schil. Habt ihr das... Habt ihr das wirklich nicht? So rum. Egal. Wird gebaut. Zu den Kinnahmen. Einheit wird angegriffen. Gebäude öffnet. Sie rücken vor. Wer hat nicht verliebt. Roger. Bin unterwegs. Geschütze bereit. Feindpischuss. Erwarte mit mir. Sie rücken vor. Warte abgeschlossen. Werde beschossen. Die Basis wird angegriffen. Wird gebaut. Ihr Panzer ist unbereit. Erstmal heilen, bitte. Bau abgeschossen. Bau abgeschossen. Du gehst wieder hier rüber. So, mehr Titanen bauen, bitte. Gleichzeitig schauen wir, dass wir das wieder herbekommen. Wie Sie befehlen. Ja, Sir. Ich hätte jetzt dann gerne wieder meine Grenadiere. Ausbildung. Unsere Basis wird angegriffen. Sag mal. Jetzt ist aber. Oh, mein Gott. Schwere Sammler. Alles klar. Ich habe ja noch Paketentrupps. Komm mal rüber. Bereit. Und auf Zeit. Sieh mich wie los hier. Bin unterwegs. Ey, dass die wirklich von allen Richtungen kommen, das macht einen schon ein bisschen Kürre, muss ich gestellen. Ihre Befehle? Nee. Oh, ja komm. Sag mal einfach, wir haben es verloren, oder? Ich meinte, die haben ewig viel Truppenheker. Aber jetzt, ich verliere das ganze Momentum. Ich komme da nicht hinterher gerade, irgendwas zu machen. Ich habe eh viele Sammler, aber ich kann sie nicht nutzen, weil die immer von allen Richtungen angreifen. Ne, das wird zu heftig. Ich glaube, ich habe den Moment verpasst. Ich habe zu viele Ressourcen ausgegeben, statt zu techen. Ich hätte wirklich techen und railguns erforschen sollen. Ich habe zu schnell geschaut, dass ich mit Ressourcen expandiere. Aber das hat sich einfach nicht ausgezahlt, weil meine Sammler nicht gescheit arbeiten konnten. Gut, ich sollte jetzt noch nicht zu schnell die Flintenskron werfen, aber... Hier, guckt, guckt euch das an. Ich, ich kann nirgendwo gescheit die Berium sammeln. Ne, das müsste jetzt wirklich gewesen sein. Alter, ist das übel. Jetzt ist es zu spät zu attacken. Ich muss gucken, dass ich erstmal überlebe. Ich glaube, der schlimmste Fehler, den ich gemacht habe, war der Baukran. Der hat mir niemals irgendwie was gebracht, aber hat mich immer irritiert wie Sau. Ne, das war's. Das würde ich höchstens mit einem Neustart vielleicht packen. Oh, ich werde hier gerade die ganze Zeit permanent aufs Übelste herangenommen. Von allen Richtungen gleichzeitig. Ich habe, glaube ich, auch keine Sammler mehr großartig. Irgendwie in meinem Inneren möchte ich nicht aufgeben, aber... Ich habe noch einen Sammler. Ach komm, gib weg, du Kackding. Du hast mir nur Pech gebracht. Jetzt ist gerade mal eine kurze Ruhephase. Habe ich den einen Ingenieur noch? Ne, natürlich nicht. Ich habe mich doch gewundert. Du gehst dich reparieren. Jetzt scheint mal kurz ein bisschen Ruhe zu sein. Haben die keine Ressourcen mehr? Die haben die andere Sammler zu mir geschickt. Raketentrop, kampfbereit. Ja, nee. Ich brauche zu lange, mich aufzubauen. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Sammler zum Reparieren schicke, aber ich brauche die Ressourcen jetzt. Gepanzert und bereit. Wir kümmern uns darum. Wird gebaut. Wird der Zippe von Nod nicht. Wäre es vielleicht nochmal eine Chance da, dass wir uns jetzt erholen können. Oh, Kommando. Ähm. Sir, greifen wir an. Zielweg, du erfasst. Ich sehe dich sogar. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Wird repeliert. Jetzt kommt die beide gleichzeitig rein. Ernsthaft. Gebe ich dann kein Geld an und an sowas. Erfolgt eure Ziele. Feuer frei. Bereit. Bau abgeschluss. Reparier dich jetzt bitte endlich mal. Wird gebaut. Verstanden, Commander. Raketentrop vorwärts. Vorsicht. Bau abgeschluss. Sieht schon mal besser aus in der Hinsicht. Ausbildung. Ausbildung. Ich schaue mal, ob ich noch einen zweiten Stützpunkt hinten bei dem Blauen Tiberium haben kann. Das hätte ich die Ressourcen, die ich brauche. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Ihre Befehle. Erwarte Befehle. Noch ein Kommando. Interessant, dass du jetzt diesen Weg gehst. Immer wieder. Ausbildung. Auf der Basis wird angegriffen. Ja, Sir. Ja, Sir. Wird repariert. Schauen wir mal, ob ich jetzt mal die Expansion erschaffe, die ich haben wollte. Mir wird langweilig. Ja, das könnte ein Match werden. Das könnte sich die ganze Folge lang ziehen. Mit Pech. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Komm, bring mir nochmal Ressourcen ran, bitte. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Einheit. Ja. Oh. Das war's. Das war's. Ich bin am Arsch. Obwohl. Das sind Gegner, die ich schaffe mit genug. Bau unterbrochen. Mit genug Raketentrupps. Das ist das Problem. Ratet mal, was ich nicht habe. Raketentrupp, aufgefasst. Raketentrupp, einsatzbereit. Wird gebaut. Hm. Raketentrupp, einsatzbereit. Sehen wir uns das mal an. Verstanden, Commander. Raketentrupp, einsatzbereit. Sie wünschen, Commander. Raketentrupp, einsatzbereit. Kampfbereit. Raketentrupp, einsatzbereit. Nagel Sie sich nicht an. Siehe mehr ab, Visier. Mach den doch. Nagel Sie fest. Ausgeben. Raketentrupp, aufgepasst. Bereit. Rau aufgeschlossen. Auf die Weise wird das nix. Sehen wir nicht auf den Augen. Feuer frei. Raketentrupp, einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Hallo. Einheit wird angegriffen. Raketentrupp, einsatzbereit. Oh, der Beförderte macht einen ganz guten Job. Raketentrupp, einsatzbereit. Ja, Sir. Seid vorsichtig. Unsere Basis wird angegriffen. Raketentrupp, einsatzbereit. Raketentrupp, aufgepasst. Krieg ich bald mal wieder Ressourcen, bitte. Raketentrupp, einsatzbereit. Raketentrupp, einsatzbereit. Raketentrupp, einsatzbereit. Wir sind bereit. Raketentrupp, einsatzbereit. Ressourcen. Einheit befördert. nic lanter nicht. Raketentrupp, einsatzbereit. Lanç help! Bleib nicht zusammen! Raketentrupp, einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Bau unterbrochen, abgebrochen. Ingenieur mit Knarre. Wird gebaut. Ingenieur mit Knarre. Bau abgeschlossen. Konzentriert euch. Oh, nee. Snipern die die wirklich weg? Also los. Ja, der sniper die jedes Mal weg. Das ist so dreist. Das ist so dreist. Ausgüriert. Bauarbeiten. Ungeeigneter Bauplatz. Paketentropf einsatzbereit. Wie unglaublich konzentriert die das auch machen. Raketentropf einsatzbereit. Die Basis wird angekommen. Ich gehe mit die Wachen bereit. Raketentropf einsatzbereit. Einheitsüber. Ja, Sir. Melden uns zum Dienst. Ingenieur mit Knarre. Raketentropf einsatzbereit. Raketentropf vorwärts. Ingenieur mit Knarre. Ingenieur mit Knarre. Ich weiß es. Dann noch Vorsicht. Raketentropf einsatzbereit. Commander. Bin unterwegs. Verstanden. Ja, Sir. Raketentropf einsatzbereit. Raketentropf aufgepasst. Einheit wird angekommen. Ich bin minimal konzentriert. Raketentropf einsatzbereit. Ausgebung. Ausgebung. Raketentropf einsatzbereit. Konzentriert euch. Seid vorsichtig. Ingenieur mit Knarre. Ingenieur mit Knarre. Einheit gebaut. Gepanzert und bereit. Jetzt können wir viele Avatare haben. Ich warte. Ausgebung. Ingenieur mit Knarre. Betriebsbereit. Wo liegt das Problem? Und die hätte ich jetzt auch gerne. Äh. Raketentropf kampfbereit. Nein! Ich hab die ganz vergessen. Ingenieur mit Knarre. Waffen initialisiert. Ziemlich heiß hier drin. Ingenieur mit Knarre. Unsere Basis wird angegriffen. Wir sind repariert. Raketentropf aufgepasst. Sir. Was haben wir jetzt noch? Wir panzern uns bereit. Raketentropf kampfbereit. Avatar. Verstanden, Commander. Neue Bauoption. Ausbildung. Wird gebaut. Na, na moin. Ich hatte mal ganz kurz jetzt eine Hoffnung. Die hat sich sehr schnell aufgelöst, muss ich sagen. Ja komm, einmal abgeben kannst du noch. Ach, fickt euch doch. Wäre die Aurora-Rakete nicht gewesen, hätte ich jetzt das Comeback wahrscheinlich geschafft. So, aber nope. M-m. Raketentropf einsatzbereit. Vektor modifiziert. Einheit gewählt. Raketentropf einsatzbereit. Natürlich. Raketentropf einsatzbereit. Ausbildung. Wolverine bereit. Raketentropf einsatzbereit. Aufgepasst. Jetzt hab ich nur drei. Ich hätte so viele Avatare haben können. Unsere Basis wird angegriffen. Ich hätte so viele Avatare haben können. Oh Mist, wir haben auch... Oh, wir haben da hinten auch keine... Das war's. Ich wünsche, ich könnte es neu starten. Einheit befördert. Räumen wir auf. Sammler wird angegriffen. Einheit befördert. Hm. Erfolgt einer vorwichtig. Marschbefehl bestätigt. Ich war's. Gebäude verkauft. Einheit wird angegriffen. Waffen miniativieren. Wir mit Tiberium benutzen. Unsere Basis wird angegriffen. Alle Systeme bereit. Bauunterbruch. Abgegriffen. Ausbildung. Bereit. Raketen vor vorwerfen. Ingenieur mit Schnappe. Sei vorsichtig. Ich geh ja schon. Du willst bestimmt den Ingenieur haben, nicht wahr? Ich kenn euch doch. Nimmt mich jemand mit? Gebäude gesichert. Darüber. Tötet ihr den bitte mal? Nimmt mich jemand mit? Einheit darüber, he? Danke. Initialisiert. Betriebsbereit. Avatar natürlich. Wir haben Tiberium. Unsere Basis wird angegriffen. Gibt es einen Job für mich? Du... Ey, nee. Verloben. Wird gebaut. Waffen miniativiert. Gebäude verkauft. Sammler wird angegriffen. Volle Energie. Der hat den getötet, nicht wahr? Wird volles Rad. Unzureichende Mittel. Gebäude verkauft. Ne. M-m. Ich hatte zwischendurch immer wieder ganz ohne Scheiß, ohne die Aurora-Rakete, hätte ich's geschafft. So, ne. Lassen wir's. Das können wir an, 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 weil ich jetzt hier so rein zu struggeln, wegen der einen, wegen der einen Husan-Staffel. Okay, muss später noch besser in der Wahl, der, 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 die, 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 ohne die Aurora-Rakete, ich hätte es so... Aber der hat fast alles verloren dadurch. Das ist schon mal was Gutes. Das waren die, die mir eigentlich einen Stützpunkt hier aufbauen sollten. Aber passt schon. Ich hole mir von woanders wieder was. Haben die Luftabwehr? Ich glaube nicht, oder? Hm. Das holen wir. Das, das machen wir anderweitig wieder. Ich werde ich nicht brauchen. Euch schon. Du bist jetzt die alle abknallen können, oder? Ja, weg. Ja, easy würde ich sagen, ne. So einfach kann's auch gehen. Genau, mach mal die weg, die gefährlich werden für meine Wolverines. Titan dürfen auch ein bisschen Spaß haben. Vielleicht kriegen die auch ein paar Beförderungen raus. Oh, das war's dann. Ja, hier muss ich dann erstmal auch wieder Stützpunkte und alles mögliche. Ah, die haben bestimmt irgendwo noch einen Ingenieur. Oder, oder die Shadows. Die Upco-Herts hätten's auch gebracht. Hätte ich schon von Anfang an real ganz mit den Start-Titanen und die Panzerbrechende Munition, hätte ich da auch um einiges besser abgeschnitten letztes Mal. Stützpunkt und ne richtig gute Flotte. Die können nichts gegen Luftanleiten machen. Easy. Da rasiere ich schnell drüber. Da muss ich nicht mal groß was tun. Ich muss nur das eigentlich hier reintun. Genau, von diesen Flotten brauche ich auch mehr. Gerade gegen Nod. Die haben so selten Raketentruppen bei ihren Start-Einheiten dabei, dass ich damit einfach easy drüber rasiere. Nur für den Fall, dass es nicht reicht, aber es sollte es. Easy peasy. Ne, keine Raketentruppen bitte, keine Avatare bitte. Nichts. Damit wir uns verstehen. Also das ist eine Kombination, die ist auch richtig böse. Ziele erfasst. Sind unterwegs. Abverstanden. Unterwegs. Rotoren aktiviert. Roger. Unterwegs. Abverstanden. Haben die irgendwo noch was? Den Ingenieur habe ich doch schon erwischt, jetzt den ich da gesehen hatte. Haben die noch einen irgendwo? Abverstanden. Ich meine, das sind die Wracks, die noch da sind. Sind unterwegs. Wo werde ich gebraucht? Den haben wir abgeschossen, bevor er reinkam. Sind bereit. Panzerdivision ausrücken. Unterstützung. Abverstanden. Predator bereit. Rotoren aktiviert. Unterwegs. Hm. Luftunterstützung kommt. Feindliche Einheiten in sich. Hm. Predator bereit. Abverstanden. Wir müssen kurz noch die Minute warten wahrscheinlich. Oder zählen die Wracks dazu. Nee. Hätte mich gewundert. Achtet auf Flugabwehr. Ah, wahrscheinlich ein Sammlerwrack. Das könnte gut sein. Sammlerwrack. Das glaube ich. Abgebrochen. Ausbildung. Einfach nur ein Sammler. Der noch irgendwo ist. Pitbull ist einsatzbereit. Den müssen wir einfach finden. Verstecken Sie sich. Bin unterwegs. Das wird eh die ersten drei Minuten aufgehoben. Von der Karte aufdecken bringt mir da nichts. Pitbull ist einsatzbereit. Wir sind bereit. Erwarten Befehle. Verstanden. Wo werde ich gebraucht? Pitbull ist einsatzbereit. Unterwegs. Pitbull ist einsatzbereit. Stealth-Einheit geortet. Jawohl. Ein Sammler. Nichts verloren, oder? Sehr gut. Noch ein Kampf. Ah, die Skrin haben ihre Base hier. Sollten wir das nicht easy per Auto... Na gut. Per Autoschlacht bekommen wir keine Erfahrung, würde ich mal sagen. Äh, da oben, ne? So, da würde ich mal sagen, hallo. Mammutpanzer. Fürsti. Mir wird langweilig. Warte, Befehle, Sir. Wo liegt das Problem? Wird gebaut. Blick zum Himmel. Lauf in den Kampf. Im Land. Brücke vor. Roger. Finde ich einkei in Hinsicht. Meine Befehle. Auf Wiedersehen. Mit so einem extra Sammler zu starten, klingt erstmal doof, aber da hat man einfach einen extra, sobald die erste Raffinerie steht. Das ist, wenn man sich aufbauen will, schon praktisch. Aber ich glaube, ich werde mit vielen Armeen jetzt wahrscheinlich drauf basieren, gar keinen Bauhof mehr dabei zu haben, sondern einfach nur quasi durchzurasieren jetzt mit Mammutpanzern oder Helikoptern. Oder Kombination von beiden. Aber meistens braucht man nur eins von beiden. Mit den Behemoths was zu machen, geht mir auch ein bisschen durch den Kopf. Jetzt hat mir eigentlich das Timing in einer halbe Stunde. Kurz, sobald wir jetzt die ganzen Kämpfe vorbei haben, war es das für diese Folge. Äh, 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 äh. Kein Problem. Unsere Basis wird angegriffen. Befehle erhalten. Bin nicht vor, dass die Gegner so doof sind. Bereit. Und die Wolverine nicht zerstört haben. Ja, Sir. Erwarte Befehle. Greifen wir an. Mammutpanzer. Unbesiegbar. Nähere mich. Wir zerbaut. Wird gebaut. Wolverine bereit. Angriff Freigabe. Wollt ihr den Kill? Ich glaube, wir haben keine Erfahrung bekommen, oder? Mit keiner Einheit. Egal. Stealth Einheit geordnet. Ah. Wurde gebaut. Sehr schön. Rücken wir mal. Du bist soweit auf gutem Niveau. Ihr seid auch abgegradet. Gebt mir mal drauf. Macht mir da meinen Stützpunkt. Die geht weiter vor. Hier würde ich die Stützpunktstufe erhöhen. Genau wie hier. Ganz ehrlich, wenn es nur darum geht, einen Bauhof zu errichten, dann würde ich mal gerne hier noch weitere Hosan-Staffeln einfach machen, weil dafür sind die ganz gut. Können wir dann auch noch mal upgraden. Schön. Upgradet sind die da nämlich auch ziemlich stark, muss man sagen. Ihr kommt mal zurück. Hier ist soweit gecleared. Ihr könnt euren Stützpunkt errichten. Oder auch nicht, weil das Geld fehlt. Machen wir beim nächsten Mal. Hier ist soweit... ...geschafft. Hier habe ich den... Warum habe ich den Bauhof verloren? Die haben ihn doch nicht zerstört, oder? Hä? Gut, dann... Ach nee, oder habe ich hier den Stützpunkt... Nee, der Stützpunkt war vorher schon gebaut, oder? Doch, nicht stimmt. Ich glaube, die hatten einfach keinen. Na gut. Der bleibt einfach zum Aufpassen da. Dieser Trupp hier ist einfach zu wichtig. So kommen Hammerheads. Den werde ich jetzt irgendwo hier an Europa ran schiffen oder sowas, um da Nod von hinten reinzufallen. Oder hier oben. Obwohl das... Ich könnte nur hier von der Hafenstadt da kommen. Aber da von der anderen Seite, das klingt gut. Na gut. Wir hatten ein paar intensive Kämpfe mit Nod. Die Hälfte der Folge war der eine Kampf, den wir verloren haben. Aber muss ja auch mal sein. Und wir machen trotzdem Fortschritte. Nehmen Nod's Einfluss weg und wir... Uns fehlt gar nicht mehr so viel zum Sieg tatsächlich an Einfluss. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye-bye. Bye-bye.